Es gibt eine Frage, die mich in letzter Zeit immer mehr bewegt. Was für eine Welt wollen wir schaffen? Während die Welt sich immer weiterentwickelt, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir alle Aspekte unseres Lebens untersuchen. Dass wir uns also klar fragen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass du dich fragst, was möchte ich in meinem Leben verändern? Wovon will ich mehr? Und was bin ich bereit loszulassen? Was bedeutet mir wirklich am allermeisten im Leben? Und ist meine Arbeit eigentlich so, dass sie meinen Werten und meiner Leidenschaft entspricht? Und wenn das nicht so ist, warum nicht? Meine Frage an dich ist, in was für einer Welt möchtest du leben? Und was tust du, um zu helfen, dass wir diese Welt erschaffen? Natürlich habe ich mir diese Fragen auch selber gestellt. Und für mich ist klar, ich möchte eine Welt schaffen, in der sich jeder entwickeln kann. In der jeder das Beste aus seinem Leben machen kann. In der jeder frei ist, wirklich frei ist. Wir haben ein Seminar für Menschen, die ihr eigenes Leben und die Welt besser machen wollen. Für Menschen, die das Gefühl haben, ich bin zu viel mehr fähig, als sich jetzt in meinem Leben zeigt. Und die wissen, ich kann und ich muss etwas verändern. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Hier ist meine Einladung an dich. Sei dabei am 1. und 2. April. Sei dabei, wenn wieder einige tausend Menschen neu durchstarten mit unserem Seminar Aufbruch. Es ist unser erfolgreichstes Seminar. Und es ist für Menschen, die sagen, ja, ich will durchstarten. Für Menschen, die finanziell frei werden wollen. Für Menschen, die oder der die Beste werden wollen, die sie sein können. Für Menschen, die aus ihrem Leben ein Meisterwerk machen wollen und die ihre Träume leben wollen. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir zusammen die Welt verändern. Starte am besten jetzt deinen Weg oder starte neu durch. Melde dich jetzt an und sei dabei auf unserem einzigartigen Seminar Aufbruch am 1. und 2. April. Den Link sowie alle weiteren Infos findest du in meiner Story oder in meiner Bio. Und wir sehen uns dann auf dem Seminar. Ich freue mich auf dich. Lass uns gemeinsam diese Welt besser machen. Herzlichst, dein Bodo. Bis zum nächsten Mal.